Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Bei diesem bedeutenden Datum Peacock bzw. in Deutschland Sky mit einer Serie, die sich mit der NS-Zeit beschäftigt, genauer gesagt mit dem KZ Auschwitz und damit geht es heute um The Tattooist of Auschwitz, die ab dem 8. Mai exklusiv bei Sky zu sehen ist. Wir konnten sie allerdings schon vorab sehen und wer sind wir? Zum einen eine liebreizende Kollegin, die aber noch nie Schindlers Liste gesehen hat, warum auch immer, aber sie ist trotzdem herzlich willkommen. Melanie, hi. 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 Ich hol's ja nach. Ja, genau, ja. Irgendwann. Willst du nochmal die Schule nachholen? Egal. Okay. Okay. Wir hatten die Möglichkeit, alles schon vorab zu sehen. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Roman, der hier, glaube ich, im Jahre 2018 erschienen ist, von der Autorin Heather Morris und auf der Lebensgeschichte eines KZ-Überlebenden beruht. Und worum es dabei ungefähr geht. Melanie, kannst du das mal kurz und bündig zusammenfassen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Gerne. Also, wir verfolgen die wahre Geschichte von Lali Sokolov, der 1942 als slowakischer Jude nach Auschwitz-Birkenau gerät. Dort erlenkt er die Position eines Tätowierers und erhält dadurch gewisse Privilegien. Das amivalente Verhältnis zu einem KZ-Offizier ermöglicht ihm die Begegnung mit Insassen Kita, in die er sich verliebt. Doch die Ungewissheit und grausame Willkür im Lager stellt ihre Beziehung auf eine harte Probe. Ja, so kann man es in den Grundzügen zusammenfassen. Es sind insgesamt sechs Episoden. Also, in den USA ist das Ganze ja, wie gesagt, auf dem Streaming-Dienst Peacock erschienen, den es hier aber nur über Sky gibt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob alle sechs Folgen auf einen Schlag erscheinen. In den USA war das der Fall. Lirum Larum, natürlich keine einfache Thematik. Du hattest es, glaube ich, auch schon auf deinem YouTube-Kanal gesagt, wo man gerne mal reinschauen kann, Melanie Kali, dass du da noch eine gewisse Hemmnis hast, also dass du Schinders Liste dir noch nicht angesehen hast. Was hat dich denn jetzt hier dran genau gereizt? Ja, naja, also ich studiere ja Geschichte. Und da ist es jetzt eigentlich noch katastrophaler, das zu sagen, weil ich noch nicht schön das letzte geguckt habe. Das ist jetzt gerade unangenehm. Aber, nee, also ich beschäftige mich halt eigentlich immer sehr gerne mit solchen, also was heißt gerne? Es ist nicht unbedingt gerne. Aber ich finde es wichtig, mich mit sowas auseinanderzusetzen und halt eben jetzt auch allein sowas wie Zone of Interest. Das hat jetzt auch nochmal das Thema des Auschwitz-Lagers auch aufgerollt. Und ich habe mich auch im Studium halt mit Auschwitz auch befasst und auch eine Hausarbeit geschrieben über das Thema. Und deshalb, ja, ich möchte eigentlich immer so gut wie ich kann mich stetig weiter informieren. Das ist eigentlich so meine Motivation. Und bei dir? Ja, ich bin generell ein geschichtlich interessierter Mensch. The Zone of Interest fand ich fantastisch, ist für mich dieses Jahr ein Meisterwerk. Und ich finde es generell eben auch wichtig, auch im Hinblick darauf, dass es ja immer weniger Zeitzeugen gibt, dass deren Erlebnisse dokumentiert werden, ob es jetzt in Romanen oder eben Serien, Filmformen ist. Und aktuell ist das wichtiger denn je, weil, ja, wir leben gerade in sehr politisch aufgeladenen Zeiten, wo auch es halt wirklich genauso gekommen ist, wie es in den 80ern oder 90ern vorhergesagt wurde. Es sterben immer mehr Zeitzeugen weg. Und mit heraufziehendem Antisemitismus geht dann auch eine gewisse Mentalität einher, ja, zur Holocaust-Leugnung, sage ich mal. Also solche Werke hier wirken dem entgegen in jedem Fall. Also gegen das Vergessen, das weiß ich schon mal, zu würdigen. Und generell war ich auch interessiert, weil Schindlers Liste hin oder her, aber der hat ja gar nicht so viel mit Auschwitz zu tun, sondern eher mit dem Krakauer Ghetto und dann dem KZ. Und ich habe noch nie, glaube ich, wirklich so eine Intro-Perspektive von Auschwitz bekommen. Also wirklich, wie der, in Anführungsstrichen, Alltag dort vonstatten ging, ne? Und auch was da so für Gruppendynamiken mit reinspielen. Und deswegen hat mich das Ganze interessiert. Und es ist ja durchaus auch prestigeträchtig als Serie jetzt hier dargeboten. Was genau hattest du denn eigentlich erwartet? Oder also du wusstest wahrscheinlich im Vorhinein jetzt nicht so viel über die wahre Begegebenheit dahinter, oder? Meinst du jetzt die wahre Begegebenheit im Sinne von ihm jetzt persönlich? Ja, ja, genau. Von Lali? Nee, von ihm wusste ich wirklich nichts. Also ich fand es ganz spannend, weil das heißt ja auch der Tätowierer von Auschwitz. Und ich habe noch nie irgendwie irgendein Dokument gelesen oder was auch immer, weil ich habe halt mit Auschwitz zu tun gehabt, wenn nur über so Dokumentformen. Also wir haben irgendwie im Studium halt in Seminaren immer was gelesen, ne? So eben Zeitzeugenberichte oder wirklich Originalquellen aus dem Lager. Ja. Und deshalb, ich habe halt noch nie irgendwie was gelesen von einem Tätowierer. Und da fand ich einfach die Perspektive ganz interessant, wie da der Alltag für die Person ist. Oder wie das halt, einfach allein wie das ist, jemanden zu tätowieren mit dieser Nummer, weißt du? Das fand ich halt spannend. Aber ich weiß nichts von ihm. Ja, mir weiß da auch nicht. Also ich hatte mal irgendwas davon gehört, auch im Hinblick auf Tätowierer tatsächlich. Aber jetzt von seinem Schicksal insbesondere nicht. Das Buch ist ja auch erst vor ein paar Jahren erschienen, da hatte ich mal was von mitbekommen. Und auch, dass es tatsächlich sehr umstritten ist. Dazu muss man jetzt sagen, also das Buch, das basiert auf Interviews, die diese Journalistin Heather Morris mit dem Greisen Lale Sokolow geführt hat. Und die werden hier jeweils gespielt von Harvey Kertel und Melanie Linsky. Und darauf basiert das ganze Buch. Und dann auch diese Serie und dem Buch schlug schon relativ früh so, ja, doch recht Viehkritik entgegen, wie ich dann auch gelesen habe. Also im Nachhinein jetzt nochmal gelesen habe. Weil das wird eher als fiktiver Roman gesehen und weniger wirklich als Tatsachenbericht. Und selbst das Auschwitz Memorial Center hat da schon relativ deutlich gemacht, dass sie das rein historisch betrachtet für schwierig bis teilweise wirklich wertlos halten, was so den Wahrheitsgehalt angeht. Also die Heather Morris hat sich wohl zum einen sehr viele Freiheiten genommen, kreative Freiheiten. Und zum anderen ist wohl Lale Sokolow auch nicht unbedingt der zuverlässigste Erzähler, was die Serie ja auch durchaus aufgreift. Ja, das war super spannend eigentlich. Also ich fand, das war, es gibt hier viele spannende Aspekte, aber ich fand das halt immer sehr spannend, wenn wir dann, also es wird ja eben so erzählt, dass wir einmal halt wirklich in der Handlung vom Auschwitz-Alltag drin sind. Aber dann gibt es auch wieder immer Sprünge hier in die, nicht jetzt halt, aber vor, ich weiß nicht wann, vor einem Jahrzehnt ungefähr wurde das gemacht. Ja, ich glaube Anfang der Nuller Jahre. Okay, ja, da sehen wir dann eben, wie ein älterer Mann, also ein älterer Lali quasi die Geschichte dann eben an diese Heather erzählt. Genau, das ist die Rahmenhandlung. Genau, und da fällt dann eben auch ganz oft auf, dass er halt irgendwie Sachen nicht ganz erzählt. Es wird ja auch einmal irgendwie aufgeschmissen, dass er halt nicht, aber das, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht verstanden. Hat er jetzt eigentlich wirklich erzählt, dass er kollaboriert hat? Ja, nicht direkt. Das hat er jetzt nicht, weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wurde das jetzt aufgelöst oder nicht? Ich glaube, es ist eher so, dass er sich selber nicht als Kollaborateur betrachtet hat. Das ist aber auch, kann ich dann auch anschließen, was so meine Erwartungen waren, das ist eine Perspektive, die ich persönlich noch nie so richtig gesehen habe. Also man weiß das ja, dass in den Ghettos, das kommt ja auch selbst in Schindersliste zum Tragen, dass dort irgendwie jüdische Insassen abgestellt wurden, da eben vielleicht administrative Aufgaben zu übernehmen. Und dass sie dann dadurch gewisse Privilegien erhalten haben. Und das äußert sich dann bei Lade dadurch, dass er, ich glaube, der hat einen eigenen Schlafplatz für sich. Also der muss nicht in einer Baracke hausen. Der hat sogar sowas wie Freizeit. Er wird sogar, ich glaube, er erhält sogar einen Lohn. Das weiß ich gar nicht. Also die Perspektive fand ich darauf auch nochmal spannend, weil in Schindersliste kommen solche Charaktere auch vor und die sind auch unter den, ja, Mitinsassen nicht gerade so sonderlich beliebt. Aber ich frage mich halt auch, also wenn er jetzt, wird er jetzt wirklich von der Allgemeinheit als Kollaborateur abgestempelt auch? Weil ich finde halt, um ehrlich zu sein, wenn du dich jetzt da hineinversetzt, wer hätte denn das nicht gemacht? Ja, das ist es halt. Das sind, es sind eben auch die Umstände, aus denen er heraushandelt. Also man muss ja sagen, das ist ja auch das Ungewöhnliche an seinem Schicksal, dass er als, ich glaube, ungarischer Jude, der, also heute wäre das ja, glaube ich, die Slowakei, wo er da lebt. Und da ist es ja, glaube ich, so, dass die Regierung mit den Nazis kollaboriert und dass die diejenigen, also dass die irgendwie welchen aus Familien, dass die die ins KZ schicken unter dem Vorwand, dass das eigentlich nur irgendwie, also, dass die da irgendwie Kriegsbeihilfsdienst oder sowas leisten. Also, dass sie da irgendwelche Arbeiten verrichten oder was. Und in Wahrheit ist es aber das KZ. Und das wird dann Lale, der dann in Rückblenden von Jonah Hauer King gespielt wird, auch relativ schnell bewusst, wo er hier eigentlich gelandet ist. Weil der fährt mit einer ganz anderen Einstellung dahin. Jonah Hauer King, ich weiß gar nicht, hattest du den überhaupt so auf dem Schirm? Weil ich hatte das Projekt so am Rande mal gesehen und war dann doch ein bisschen baff, als ich registriert habe, dass der Hauptdarsteller der Prinz Erik aus dem Ariel-Remake vom letzten Jahr ist. Äh, echt? Ja. Ja. Lol. Okay. Ja, ja. Hängt mit sich. Und da fand ich den eigentlich eher vergessenswert. Okay. Hier muss ich aber sagen, macht der ja eigentlich einen ziemlich guten Job. Bis auf einen Aspekt, der für mich persönlich der ganz, ganz große Knackpunkt bei der Serie ist. Wie hast du denn generell so allgemeines Meinungsbild mal? Wie sind so deine Eindrücke gewesen? Zum Beispiel auch im Hinblick auf die Darsteller. Ja, also ich habe auch ein Problem mit der Serie, aber das ist so eine Sache, das ist einfach sehr eine subjektive Meinung, die ich habe. An sich fand ich aber die Schauspieler eigentlich gut. Ja, mein Problem ist halt zum Beispiel, ich habe halt, und ich fand das auch in der ersten Folge tatsächlich ein bisschen überzogen dargestellt, dieser Moment, wo sich die beiden das erste Mal treffen. Ja. Lali und Kita. Ich habe halt das Problem, ich glaube halt nicht an sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Ja, gut. Das ist halt sehr schwierig, wenn man dann so eine Serie bekommt, wo das ja scheinbar der Fall gewesen ist. Mhm. Ne? Und ich finde es halt irgendwie im ersten Moment schwierig zu schlucken. Ja. So, dass es jetzt halt so ist, dass er sie absolut toll findet von dieser, von dieser einen Minute, wo die da zusammen saßen und die sich so intensiv angeguckt haben und sie wirklich so am weinen ist. Und ich meine, ich verstehe die Situation, also ich verstehe die Situation im Kontext und sie war wahrscheinlich auch am weinen, weil es halt so grausam ist irgendwie alles, was da gerade passiert. Aber ich weiß nicht, es war so, ich fand es irgendwie, das war mir irgendwie too much, so von der Darstellung hat es mir gar nicht gefallen. Mhm. Diese ganz langen Shots auf die Gesichter und dann. Ja. Wie sie geweint hat und alles, weißt du, das war mir irgendwie viel zu drüber. Ja, und da kommt leider dann auch durch, was heißt leider, also es kommt generell dadurch, was diese Serie ja eigentlich wirklich ist. Es ist natürlich eine Serie, die im KZ spielt, aber die Geschichte, die erzählt wird zwischen Lale und Gita, es ist Melodrama. Das, das wird dir eigentlich spätestens in dieser Szene relativ am Ende der ersten von den sechs Folgen bewusst, das ist ein Melodrama. Das hat mich echt rausgehauen in dem Moment. Ja, und das zieht sich dann leider auch durch die ganze Serie, das ist, es gibt schon einige Momente, die könnte man schon wirklich als kitschig bezeichnen. Auf der anderen Seite würde ich aber nicht sagen, dass die Umstände, aus denen heraus das passiert, dass die irgendwie weichgespült werden. Also, weil dann könnte man nämlich schnell hergehen und sagen, dass hier irgendwie Verhältnisse im KZ weichgespült würden. Und ja, im Hinblick auf den Holocaust und insbesondere auf Auschwitz wäre das schon fatal, das irgendwie harmloser darzustellen. Auf der anderen Seite ist das generell ein Minenfeld, wenn man dieses Thema hier bearbeitet, weil man kann es sehr schnell übertreiben, man kann es sehr schnell verharmlosen und verharmlosen ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Auf der anderen Seite ist es, es ist wirklich generell sehr, sehr schwierig, weil, also, das ist jetzt aber auch wirklich meine persönliche Einstellung. Ich glaube, dass man das eventuell, also wirklich realistisch darstellen, wie das damals war, ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Ja, man muss ja auch sagen, wie viel, es ist Jahre her auch, ne, also, wie viel ist da auch irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert in so einer Erinnerung, weißt du? Mhm, ja. Dass es vielleicht auch irgendwie überromantisiert ist auf eine Weise. Darum geht es ja auch in der Serie ein Stück weit, ne. Ja. Das wird ja auch an einigen Stellen, also, wir sehen da ja irgendwas erst, was Lale, also Havikertel erzählt und dann sehen wir aber, wie es wirklich war und da gibt es dann teilweise auch Unterschiede und er wird ja auch durchaus auch als ambivalente Figur gezeigt, die auch, ja, einiges zu tun bereit ist, um ihr dann später auch zu helfen, ne. Ja. Da muss ich auch sagen, also, da rittet auch das Schauspiel für mich sehr viel. Jonah Hauer King fand ich wirklich gut und dieser Anna Proschniak ist anscheinend eine polnische Schauspielerin, die fand ich richtig, richtig gut. Die Kita ist das? Ja. Die sollte man echt mal im Auge behalten, wie ich finde. Die fand ich auch sehr stark. Ja. Also, auch, was die so in ihrem Gesicht konnte, das war auch beeindruckend eigentlich. Ja, sehr ausdrucksstark, ne. Ja, auf jeden Fall. Nur, da muss man dann eben damit leben, dass halt doch dann da auch ein gewisser Kitschfaktor mit einhergeht. Ja, manchmal war es dann halt too much. Ja, vor allem trägt auch die Musik dazu bei, also, äh, die Musik stammt ja von Hans Zimmer, das wird ja sogar im Trailer groß angepriesen. Das hört man auch sehr raus, dass er das ist und dass er sich hier wiederum wohl auch sehr stark hat beeinflussen lassen von der Musik zu Schindlers Liste von John Williams. Mhm. Die ja wirklich, also, die dürftest du, selbst als jemand, der die Schindlers Liste nicht gesehen hat, du kennst diese Musik. Ja, das stimmt. Die wird nämlich eigentlich, die wird immer bei irgendwelchen Schoah-Gedenktagen, sei es im Deutschen Bundestag oder sonst was, gespielt. Das ist praktisch die inoffizielle Hymne der Schoah. Gott. Aber hier ist es, also, ich, ich, ich fand's okay, generell die Inszenierung, ich hatte im Nachhinein gesehen, die, die Regisseurin, die das Ganze gedreht hat und die wohl auch eindeutig jüdische Wurzeln hat, die heißt ja irgendwie Tali Shalom Isa. Mhm. Und man hört's ja beim Namen schon unüberhörbar raus. Da fiel mir dann auch ein, also, ich hatte da mal geguckt, was die vorher noch gemacht hatte und zwar hat die hier vor einen Film gedreht, den wir auch hier besprochen haben, kann man sehr gerne reinhören, My Days of Mercy. Die damals mit, tatsächlich noch zu dem Zeitpunkt, Ellen Page und Kate Mara, die zwei spielen, also, da, in dem Film geht's eigentlich um die Todesstrafe, Ellen Page ist gegen die Todesstrafe und Kate Mara für und die verlieben sich dann auch ineinander. Okay. Also, es ist dahingehend dann auch ähnlich, ne, halt ne relativ klassische Liebesgeschichte aus ungewöhnlichen Umständen heraus. Das fand sich hier irgendwo auch wieder und man merkt, dass die Regisseurin auch durchaus Ambition hat, also, was zum Beispiel, äh, von Anfang an, also, sobald es ins KZ geht, was auch relativ schnell vonstatten geht, werden ja immer, wenn irgendwie Leute zu Tode kommen, werden ja die, die Darstellerinnen und Darsteller fast in so'n, ja, als, als würde man eigentlich ein Foto von denen machen, werden so in den Fokus gestellt, ne, und dass man dann halt, also, die bleiben da nicht, die bleiben zwar Namen, aber nicht, nicht gesichtslos. Und das ist ein durchaus interessanter Kunstgriff, der aber so ein bisschen, es wirkt ein bisschen gewollt auf mich, oder wie, wie hast du das empfunden? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, es löst schon was aus, vor allem immer, da kam dann irgendwie wie so ein Glockenschlag, wie so ein ganz tiefer. Ja. Hast du das so im Kopf, was da kam, immer dieser Sound? Das verbinde ich direkt damit. Ja. Das hat schon einen Punch, aber, ähm, ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Wie fandest du denn eigentlich so generell die Darstellung von Auschwitz an sich und was du da so gesehen hast? Ja, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass du dich an diesem Thema sehr, sehr schnell verheben kannst. Ich kann schon mal sagen, also, ich fand es nicht unglaubwürdig, was ich vor allem sehr gut fand, wie die Willkür dieses Lagers gezeigt wurde. Ja, wirklich. Also, dass da Leute irgendwie mal geschwächelt haben, wenn sie sonst was verrichtet haben und dann einfach wahllos abgeknallt werden. Einfach Nummern werden ausgewählt. Genau, richtig. Und auch, also, auch, dass sie am Anfang schon, es kommt durch, dass es auch ein Akt der Entmenschlichung ist, dass die da überhaupt tätowiert werden. Also, ihnen werden da ihre Namen genommen und sie sind praktisch nur noch Nummern. Ähm, was mich gestört hat tatsächlich, dass die anderen Insassen im Gegensatz zu Gita und Lale doch deutlich mitgenommener wirkten. Jonah Hawa King, also, ja, gut, der hat natürlich auch gewisse Privilegien, sage ich mal, das kommt ja auch durch, aber da hatte man schon das Gefühl, dass da ein gewisses Gefälle ist zwischen den Figuren, die wirklich wichtig sind und die, die vor allem, ja, auch wenn das jetzt in dem Kontext echt hart klingen mag, aber letzten Endes Staffage sind, ne? Ja, und das ist aber auch so ein Ding, ich finde, abseits der beiden Hauptfiguren tut sich die Serie schwer, irgendwie andere noch großartig herauszustellen daneben. Die kommen dann zwar mal irgendwie vor für einen Subplot, sage ich mal, will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das ist dann irgendwie dann auch sehr schnell erledigt und viel bleibt einem da nicht im Gedächtnis. Das, wer aber im Gedächtnis bleibt, in meinen Augen, ist die Gegenseite. Ja, ich weiß. Nämlich die Nazis. Jonas Ney? Ney. Genau, deutscher Schauspieler, der auch, der war der Hauptdarsteller, soweit ich weiß, in dieser Serie Deutschland 83 vor ein paar Jahren, die habe ich aber nicht gesehen. Ich auch nicht. Vielleicht habe ich den schon mal irgendwo gesehen, der kam mir schon irgendwo bekannt vor, der spielt ja den KZ-Offizier, zu dem er von Anfang an, also der ermöglicht ihm ja diese ganzen Privilegien, fordert da natürlich aber auch seinen Tribut für ein und ja, hat ein sehr kompliziertes Verhältnis zu ihm von Anfang an, ne? Ja, teilweise hat man das Gefühl, er sieht so seinen, seinen Bruder in dem oder irgendwie auch einen Kamerad. Man merkt ja auch, die sind ja, ich glaube, er ist sogar noch jünger als Lale und Lale ist ja gerade mal so Mitte 20 maximal. Also das ist, glaube ich, für mich das Stärkste an der Serie, das Verhältnis zwischen denen und ich hätte da gerne, ehrlich gesagt, noch mehr gesehen, beziehungsweise auch gerne mehr Zwischentöne. Aber nichtsdestotrotz fand ich Jonas Ney ziemlich stark in seinem Spiel. Ich fand den auch sehr spannend, also seine Figur ist ja wirklich, also immer wenn der kam, da hattest du immer so ein sehr ungutes Gefühl und du, also für mich verkörpert er auch wirklich sehr gut diese Willkür, auch von dem Auschwitz-Lager an sich. Also er ist irgendwie diese Willkür in Person. Ja, das trifft es. Weil er so, manchmal ist er dann so nett, also was heißt nett, aber doch irgendwie nett auf eine Weise. Dann sagt Lale irgendwie einmal, was ihm nicht passt, er schlägt ihn sofort und verweist ihn quasi wieder so auf seinen Platz, in Anführungszeichen. Ja. Dann ist er dann, also ich fand irgendwie manchmal hatte das sogar für mich irgendwie fast schon so sexuelle Untertöne. Ja. Wo ich mir dachte so, ne, also es ist jetzt wirklich Bruder, weil manchmal auch wieder immer so Kita und ihn so beobachtet hat, das fand ich so merkwürdig. Und auch wie diese eine Szene, wo er ihn dann so umarmt, ne, wo er ihn so an sich zieht und dann irgendwie auch so meint, ich bin für dich da. Das ist so, es war wirklich so eine spannende Beziehung und. Aus der man noch mehr hätte machen können, ne, leider. Ja, und ich, ich, ich frage mich halt wirklich, also man sieht ja auch in der Serie, dass Lali da hat wirklich immer noch mit zu kämpfen hat, auch diese ganzen Jahrzehnte später, ne. Oder dass er quasi wie so ein Geist in seinem, in seinem Unterbewusstsein ist, ne. Und da denke ich mir auch so, wie, wie kommt man eigentlich, also überhaupt das so irgendwie zuzugreifen, was da mit einem passiert ist, weil es ist auch so viel emotionale Manipulation und das ist ganz krass, wirklich. Also finde ich so spannend, dass es das ja scheinbar wirklich gegeben hat. Die Dynamik zwischen denen hat mich sehr an Dramen eigentlich erinnert, wie man die über die Sklaverei in den USA kennt, ne. Also da gibt es ja auch irgendwie Verhältnis zwischen, ja, Sklave und Besitzer oder Plantagenbesitzer, was auch immer. Zum Beispiel in sowas wie Twelve Years a Slave, ne, da gibt es ja auch Figuren wie beispielsweise Benedikt Kamba-Betsch da drin, der die zwar auch besser behandelt, aber dann auch immer nur zu so einem gewissen Punkt, weil diejenigen welchen dürfen nie vergessen, wo ihr Platz ist, letzten Endes, ne. Und Jonas Ney hat eine durchaus ähnliche Mentalität, was ich bei dem interessant fand, dass du gemerkt hast, also auch dadurch, dass der nochmal eine ganze Ecke jünger war als Lale und er trotzdem, ja, eben die Oberhand und die Macht auf seiner Seite hatte. Man merkte, der war auch irgendwie ein kleiner Mitläufer und der war auch sehr viel weicher und verletzlicher, als er, als er sich, glaube ich, eingestehen wollte. Und da passen dann auch so gewisse, ja, der, es ist so eine leichte Homoerotik tatsächlich schon von seiner Seite zumindest, was die Beziehung zwischen beiden angeht. Ich meine, man hat ja auch irgendwie so eine Szene gezeigt, wo er mit einer Frau war. Oh, ja, die war leider ganz merkwürdig. Ja, aber irgendwie dachte ich mir auch so, was, also, was wollte genau, was sollte genau damit gezeigt werden? Weil irgendwie zeigt es irgendwie, dass er auch irgendwie Probleme hat, aber weißt du, das wird irgendwie nie so richtig weiter ausgeführt. Ja. Und da mache ich jetzt einen kleinen Bogen. Das habe ich ganz oft in der Serie. Ganz viele Sachen werden nicht zu Ende geführt. Ganz viele Schicksale, die werden vielleicht mal von Lali in der Zukunft nochmal erklärt. Aber ganz oft habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit der Figur passiert? Oder was ist mit dem? Ja. Oder, ich meine, da kann man jetzt sagen, okay, vielleicht weiß der es auch wirklich nicht und dann ist das einfach so. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie manchmal ist das irgendwie, wirkte für mich irgendwie ein bisschen, es fühlt sich nicht lose an in dem Kontext von einer, also, es fühlt sich lose an in dem Kontext von einer Handlung, von einem Handlungsstrang, von einem Plot. Ja, ich, das hat auch gegen Ende für mich dann nochmal gewisse Züge angenommen, weil der fiel mir nämlich auf, dass, also wie er dann aus dem, müssen wir dazu sagen, also wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten, aber es ist ja jetzt keine Überraschung, dass Auschwitz dann irgendwann von den Alliierten befreit wird. Und er ist dann aber schon vorher weg und wie das dann gelöst wurde, wie er dann auch in Freiheit kommt im letzten Teil oder zum letzten Teil hin. Das wurde komplett übersprungen. Das wirkt auf mich sehr, sehr willkürlich an der Stelle erzählt und da bin ich dann auch drüber gestolpert und wenn man dann auch mal ein bisschen guckt, was da eigentlich war, was er da getan hat an der Stelle, ohne, wie gesagt, jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, aber da merkt man auch, dass die Serie und wahrscheinlich dann auch schon der Roman da durchaus auch schön färberisch agiert, was Lala angeht. Also, dass er sich selber wahrscheinlich auch in einem gewissen Licht darstellen wollte und wahrscheinlich auch Heather Morris. Ich kann aber an die Szene mit Jonas Ney anschließen, die du gerade erwähnt hattest, kann ich nochmal sagen, was für mich der ganz, ganz große Knackpunkt ist an der Serie. Und zwar, es ist natürlich eine amerikanische Produktion und dementsprechend sprechen die alle Englisch. Und zwar wirklich alle, ohne Ausnahme, ob es jetzt irgendwelche Insassen sind, ob es Nazis sind, ob es selbst am Anfang die Familienmitglieder von Lale am Abendessenstisch sind. Die sprechen alle klares Englisch. Und die Krönung war dann halt wirklich diese Szene mit Jonas Ney und seiner, ich weiß nicht, ich glaube, Freundin war das nicht irgendwie, keine Ahnung. Nähere Bekannte. Nähere Bekannte in Anführungsstrichen. Und die sind da unter sich, das sind beides Deutsche, die sprechen beide Englisch miteinander in dieser Szene, während im Hintergrund aus dem Volksempfänger ein deutsches Volkslied dudelt. Und da dachte ich mir echt so, das killt für mich jegliche Atmosphäre. Ich verstehe, dass man bei dieser Serie, also man ist jetzt nicht Shogun und ist komplett original mit Untertitel, aber dass man nicht zumindest mal in ein paar Szenen mal irgendwie, die mal wirklich in ihrer Muttersprache miteinander kommunizieren lässt. Also das wirkte auf mich total aufgesetzt und hat für mich sehr an der Atmosphäre genagt, über den ganzen Verlauf hinweg leider. Ja, und dann werden aber trotzdem immer wieder so deutsche Wörter eingefügt, ne? In der Szene Schnaps. Ja, genau. Kommt dann einfach drin vor. Ja, oder Blogführer. Oder ganz oft sagt er dann ja auch, ja, Blogführer, ne? Genau. Also, ja. Und vor allem ist es in einer Hinsicht auch noch ärgerlich, weil der Grund, warum Lale dann überhaupt zum Tätowierer wurde, ist nämlich, dass er mehrere Sprachen beherrscht hat. Ach so. Der konnte, der konnte sogar deutsch, deshalb konnte der wohl auch relativ gut mit dem Berezky, also der Figur von Jonas Nye kommunizieren. Hä, wurde das erwähnt? Nein, das fehlt völlig. Das wusste ich gar nicht. Und das, ach, das wirklich, also, das hat mich jedes Mal rausgerissen. Warum redet ihr alle Englisch? Es gibt eine Szene, wo Nazis praktisch im Vorbeigehen Insassen wirklich töten, während sie auf der Latrine hocken. Und selbst die reden Englisch miteinander. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist halt schon weird, ne? Ja. Weil ich dachte mir halt auch so, da hat doch keiner Englisch gesprochen. Nein, nicht wirklich. Da hat doch wohl keiner Englisch gesprochen. Also, vielleicht, als die die irgendwie ins Lager eingewiesen haben, Welcome to Auschwitz oder sonst was, weil, äh. Das kann ich mir auch kaum vorstellen, weil, als ob die Leute da alle Englisch konnten. Ja, und vor allem alle auch so perfektes Englisch. Und da muss dann also nix, nix gegen Jonah Howard King. Aber der spricht, man hört wirklich raus, dass der Brite ist. Und Harvey Kertel hat immerhin noch so einen leichten Akzent in seinem Spiel drin. Harvey Kertel, der nebenbei bemerkt, der ist zwar schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber hier ist wohl doch einiges an Prophetics gewesen bei dem. Also, ich weiß nicht, ob du den so gut kennst, den Schauspieler. Ich sehe gerade ein Bild von ihm. Er ist auf jeden Fall nicht so alt. Aber du kennst ihn auf jeden Fall aus Tarantino-Filmen, denke ich mal. Er ist der Typ, der sauber macht in Pulp Fiction. Ah. Ja, ich sehe ihn hier gerade. Ja, also der hat da noch einen gewissen irgendwie Touch in seinem Spiel drin. Und bei Jonah Howard King ist das gar nicht zu finden. Und ich frage mich halt echt, warum er diesen Aspekt weggelassen hat. Weil der ist wichtig, um zum einen halt auch darzustellen, hey, die kommen da halt auch nicht alle aus einem Land in Auschwitz. Die kommen da aus allen möglichen Ländern angefangen. Da gab es doch bestimmt so oft auch Sprachbarrieren und Probleme, weil Leute nicht verstanden haben, was der Deutsche dir gerade sagt. Das stimmt eigentlich. Das nimmt so viel von dieser, wie nennt man das, von der ... Authentizität. Authentizität weg. Ja. Ja, und das ist echt schade. Also man hätte vor allem auch im Hinblick auf seinen Charakter, auf Lales Charakter, hätte man da noch viel mehr einfach machen können. Dass er dadurch vielleicht auch eine gewisse Charakterentwicklung erfährt zum Beispiel. Also das hat die Serie halt auch nicht. Das weiß ich nicht. Jonas Nye bleibt bis zum bitteren Ende eigentlich gleich. Gegen Ende kriegt er dann kalte Füße, weil oh, jetzt geht das Ganze hier hops und die Alliierten kommen. Aber ansonsten ist da eigentlich auch nichts. Ja, das stimmt schon. Also was für Charakterentwicklungen haben halt die Figuren, außer dass die halt wirklich einfach nur ... Leiden. ... das Traum ihres Lebens haben. Ja. Wobei man muss sagen, das Leiden an sich wird schon ... Also da sind schon harte Szenen drin teilweise. Ja, das auf jeden Fall. Das Stichwort, wir hatten es ja, wir haben es glaube ich schon mehrere Male in dieser Besprechung gesagt, Willkür ist das Stichwort. Dass man halt wirklich das Gefühl hat, die könnten von heute auf morgen ... Also es heißt ja glaube ich an einer Stelle sogar, Lales Position ist ein Schritt davor, jederzeit den Tod finden zu können. Ne? Weil er halt gebraucht wird. Aber er ist eben, er hat ja durch seine Qualifikation mit den Sprachen, hat er ja diese Position bekommen. Und da redet die Serie halt wirklich überhaupt nicht drüber. Ich meine klar, man könnte jetzt damit ankommen und sagen, ich hab wirklich, nachdem ich die Serie durch hatte, hab ich, der ist auch auf Netflix, hatte ich in Schindlers Liste reingeguckt. Den hab ich noch nie auf Englisch gesehen, immer nur auf Deutsch. Und da sind auch Nazis unter sich, sprechen Englisch. Ja gut, aber zum einen ist das ein Kinofilm für ein internationales Publikum. Gut, das hier ist eine Serie für ein internationales Publikum. Aber Schindlers Liste ist jetzt 30 Jahre her. Und wir haben jetzt zuletzt bei The Zone of Interest gesehen, wie man eine britisch-polnisch-deutsche Koproduktion komplett auf Deutsch drehen kann. Ja, ich meine, wenn Sprache eine Rolle spielt, und das spielt ja auch in Shogun eine Rolle, dann lässt man es halt eigentlich. Ja, oder arbeitet es so, also weiß ich nicht, die kurze Szene zwischen Jonas Nye und dieser Frau, da hätte man doch Untertitel haben können. Die Schauspieler sind beide deutsch. Also man hört es auch raus, dass die mit deutschem Akzent Englisch sprechen und dabei sogar unbeholfen sind. Das ist auch völlig okay, aber warum? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist Zugeständnis an Sehgewohnheiten. So kann ich es mir nur erklären. Ja, und insgesamt muss ich sagen, zum Ende zieht sich das Ganze sehr. Die letzte Folge dreht sich ja dann eigentlich nur noch so um die Nachwehen. Das fand ich zwar nicht schlecht, da wird halt dann auch aufgezeigt. Es ist fast so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, von wegen Frodo kommt zurück ins Auenland, aber manche Wunden kann auch die Zeit nicht heilen. Und es hat ja auch dann die Beziehung zwischen beiden auch belastet. Aber was ich dann auch richtig schwach fand tatsächlich, wie beide sich wiedersehen, also wie das Wiedersehen inszeniert ist, das wirkt auch irgendwie vollkommen, ja, ich sag's wieder, willkürlich irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ich ... Er ist da, willkürlich nicht und dann, oh, auf einmal da ist er. Ja, random mal irgendwo hingeguckt. Ach ja. Genau, und da hätte man auch wieder, da hätte man zum Beispiel auch wieder die Sprache einarbeiten können, dass sie plötzlich, oder weiß ich nicht, dass, dass irgendeine Eigenart von ihm, dass sie ihn daran erkennt oder sowas, aber nichts. Ach, da merkt man auch, dem Ganzen fehlt es beträchtlich an Tiefe. Das ist einfach merkwürdig, weil es ist doch eine tiefgreifende Geschichte. Eigentlich schon, ja, aber es bleibt irgendwie, also was Figuren angeht, bleibt das Ganze leider sehr oberflächlich und das ist besonders schade, weil wir eigentlich an sich ziemlich solides Schauspiel sehen über die komplette Laufzeit. Aber Laufzeit, da sind wir dann auch noch mal bei einem Punkt, ich finde, man hätte das Ganze auch ... Also, ich weiß nicht, hat es für dich sechs Folgen getragen? Ich glaube, nicht unbedingt. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man wollte halt verschiedene Aspekte immer von dem Lager halt einbauen und deshalb hat es dann wahrscheinlich so dann gedauert. Ja, aber ich meine, auf jeden Fall nicht länger. Ja, auf keinen Fall. Vielleicht sogar auch eine Folge kürzer. Eher so vier Folgen, würde ich sagen. Also, in einer ist zum Beispiel auch nicht sonderlich viel passiert. Aber dennoch muss man jetzt sagen, also insgesamt, es gab schon, also mit die stärkste Szene fand ich, glaube ich, wo ... Ja, kann man, ja gut, großartig spoilern tut man das jetzt eigentlich nicht. Ich weiß nicht, an der Stelle war ich kurz am überlegen, ist das jetzt Dr. Josef Mengele oder nicht? Ich habe auch versucht zu googeln. Ja, ja, also im Roman wird der wohl erwähnt. Ach krass, aber der Name war jetzt anders bei dem Doktor. Der hieß doch irgendwie Hofmann oder Hoffmann. Ja, ich habe da, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, muss ich gestimmt. Ich habe versucht, ihn dann zu googeln, weil ich auch so war, warte, weil es geht ja eigentlich in die Richtung von Mengele, was da passiert. Ja, definitiv. Zumindest wird es so angedeutet. Und da ist auch für mich die bedrückendste Sequenz des Films, der Serie, also ... Boah, die war echt schlimm. Da haben wir es wieder, ne, die Willkür des Lagers, die kommt schon rüber, das muss man sagen und teilweise ist es auch wirklich. Also das ist halt auch wieder der Punkt, es wird ja bis heute auch schon als Liste zum Vorwurf gemacht von manchen. Es ist so die Frage, ob man sowas überhaupt in ein, sag ich jetzt mal, Korsett von Entertainment, also Unterhaltung überhaupt einbinden sollte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt, also ob die Serie die Vorwürfe von dem Buch auch nochmal versucht hat auszubessern. Ja. Also dass es halt realistischer ist. Aber ich finde eigentlich schon, dass hier, dass man hier ganz gut verstehen kann, wenn man die Serie schaut. Und das gebe ich jetzt mal auch als positiven Punkt, weil wir ja schon sehr negativ waren. Also man kann sich schon ein Bild davon malen, so ungefähr, wie das war. Und ich stimme dir zu, man wird es nicht bis zu 100 Prozent nachempfinden können, wahrscheinlich auch nicht bis 80 Prozent, wahrscheinlich auch nicht bis 60 Prozent. Nein. Das ist, das ist genauso wie mit, Entschuldigung, das ist genau, ich hatte ja gerade schon den Vergleich gezogen, bei der Sklaverei in den USA, selbst 12 Years a Slave kann, also ich glaube nicht, dass du das irgendwie filmisch hundertprozentig umsetzen kannst. Das solltest du vielleicht auch gar nicht erst versuchen und das, das tut die Serie ja auch nicht, das kann ich ihr schon zugestehen. Ja, weil, ich meine, du, ich weiß, es ist halt dumm, aber du musst, also es ist dumm gesagt, du musst es halt wahrscheinlich erlebt haben, um das wirklich nachzuempfinden. Also man muss natürlich, das muss man auch hier mit einbeziehen, es ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, also es ist alles natürlich aus der Perspektive von Lale Sokoloff geschildert und das kann nicht als allgemeingültig hergenommen werden, aber das lässt sich halt auch nie wirklich vermeiden. Was sich aber vermeiden lässt, ist halt dann auch irgendwie, ja, ich hatte es ja schon gesagt, Schönfärberei und gerade zum Ende hin, wenn man dann liest, was da wirklich war mit ihm, kann das mal kurz sagen, der wird ja am Ende verlegt in das KZ Mauthausen und dort ist aber seine jüdische Identität nicht bekannt. Die findet dann aber ein Mithäftling raus, der ihn dann denunziert und er, soweit ich das jetzt hier recherchiert habe, er stiftet dann zwei andere Insassen an, diesen Häftling zu ermorden. Ja, und das fehlt in der Serie. Das wurde jetzt doch komplett weggenommen, oder? Ja, das wurde komplett weggenommen und das ist letzten Endes auch dazu da. Er war dann direkt quasi bei den Russen. Wo er dann auch durchaus zweifelhaftes Verhalten an den Tag legt, ne? Ja, ja. Oder letzten Endes eine ähnliche Mentalität walten lässt wie mit Berezki, ne? Wo man dann noch sagen konnte, gut, das war jetzt im KZ, ja, das ist jetzt die Kriegsgeschwangenschaft, aber der wird von den Russen eigentlich schon ziemlich, der hat auch schon ziemliche Freiheiten, ne? Man darf nicht vergessen, der wird ja auch schon relativ am Anfang der Serie, wird der ja auch irgendwo als, früher hätte man gesagt, schwere Nöter, aber er ist schon irgendwie auch ein kleiner Frauenheld und das ist ja auch das, was... Er zieht sich durch die Serie auch ein bisschen. Genau, genau. Und das ist ja auch das, was Jonas Ney dann, also Berezki dann irgendwie bei ihm nutzen will, sein Talent irgendwie Frauen rumzukriegen, ne? Klingt auch so platt gesagt, so dämlich. Ja, es ist aber leider so in der Serie. Ja. Alles in allem, also würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, alles in allem ist diese Serie sehr, sehr zwiespältig und ich hab den Eindruck, dass das auch viele Hürden sind, sag ich mal, oder Komplikationen, die sie wahrscheinlich auch von ihrer Romanvorlage geerbt hat. Man merkt durchaus die Ambitionen und die kann man dem Ganzen auch zuguthalten. Es ist auch schauspielerisch wirklich sehr ordentlich, also Havikertel fand ich auch gut, auch hier mit Melanie Linsky, die macht auch einen guten Job. Da fand ich auch nicht schlecht, wie da zumindest so mal angedeutet wird, dass sie das Ganze halt auch nicht so völlig unberührt lässt, ihn darüber erzählen zu hören. Das fand ich auch sehr gut, weil das ist so ein bisschen die Perspektive des Zuschauers auch. Ja, ja, natürlich, aber das sind dann auch wieder, wo du, da sind wir wieder an dem Punkt, wo du meintest, da werden so Sachen nicht so wirklich so zu Ende erzählt, ne? Ja, stimmt. Das war auch so ein kurzer Moment und dann ist irgendwie alles wieder gut. Ja, alles in allem kein einfaches Thema, an dem man sich so ein bisschen, ja, hat man sich dran verhoben, ich weiß es nicht, aber es ist leider, es ist jetzt keine wirklich schlechte Serie, man kann sie sich schon anschauen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass es gar nicht mal so sehr, also es ist zwar schon ein KZ-Drama, es ist ein Melodrama oder eine Liebesgeschichte im KZ, dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich das ansieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch andere mit diesem Klischee lieber auf den ersten Blick wahrscheinlich auch noch Probleme haben werden, außer dir. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Pessimist. Ja, in der heutigen Zeit. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass es schon wichtig ist, dass weiterhin sich in der Art und Weise mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Aber wenn man jetzt zuletzt The Zone of Interest im Kino gesehen hat, das ist eigentlich das Amüsante. Diese Serie zeigt eigentlich so ziemlich alles, was bei Zone of Interest nur hinter der Mauer ist. Ja, das stimmt. Deshalb ist das eigentlich auch irgendwie eine nette Ergänzung. Durchaus, aber trotzdem auch schwierig. Ja, ich kann weder wirklich eine Empfehlung aussprechen, noch davon abraten. Man kann sich gerne ein eigenes Bild machen. Es ist jetzt aber nicht, ja, es ist ganz schwierig. Und ich muss sagen, wir machen vor allem die Zugeständnisse im Hinblick auf die Sprachbarriere echt. Die haben mich echt immer wieder rausgerissen, aber so alles in allem kann man sich schon ansehen, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe irgendwie dasselbe Problem wie du, dass ich auch so Schwierigkeiten habe, eine genaue Empfehlung auszusprechen. Ich denke, ich fände es immer noch gut, wenn Leute das interessiert, einfach jetzt so der Alltag in Auschwitz an sich. Ich finde, dann kann man das schon ganz gut gucken. Ja. Wenn man halt auch bereit ist, sich ein bisschen mit schwerer Kost natürlich auseinanderzusetzen, weil es sind hier auch verstörende Sachen dabei. Dann tut das auf jeden Fall, weil man sieht hier, also man kann hier schon so ein bisschen was mitnehmen. So von, einfach von dem Wissensaspekt her, sage ich mal. Mhm. Aber als Serie funktioniert das nicht so gut. Aber ich meine, das ist ja, das hatten wir ja gerade auch schon, es ist schwierig, das so mit Entertainment und Plot in so eine Geschichte zu packen. Ja. Die ja eigentlich dann auch irgendwie was, eigentlich ja auch ein bisschen dokumentarisch auf eine Weise ist. Ja, aber das ist halt auch schon wohl bei der Vorlage einfach das Problem gewesen, dass hier eine wahre Geschichte angereichert wird mit fiktionalen Elementen. Wobei man der Serie lassen muss, sie geht damit ja offen hausieren. Also sie hat das ja jedes Mal am Anfang stehen, basierend auf den Erinnerungen. Und dann steht da aber, ja, aus dramaturgischen Gründen wurde natürlich hier künstlerische Freiheit auch, hat man künstlerische Freiheit auch walten lassen. Das lässt sich auch, glaube ich, nicht vermeiden. Es ist nur die Frage, in welchem Maße. Ich hätte mir irgendwie, weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Irgendwie, dass es irgendwie nochmal so eine kleine Folge gibt, wo man da ein bisschen aufbröselt. Also jetzt so wie so eine Behind the Scenes oder irgendwie sowas, wo man, wo die Leute sich einfach hinsetzen und auch so ein bisschen erzählen, was genau hier verändert wurde und sowas. Einfach auch ein bisschen für, für die Transparenz. Ja, so eine Doku vielleicht, ne? Ja, sowas würde ich mir immer voll gerne wünschen bei eben so fiktionalen Sachen, damit man einfach als Zuschauer so Sachen besser einordnen kann. Aber das ist wahrscheinlich viel zu viel gewünscht und mein kleines Geschichtsstudenten, ein kleiner Wunsch. Nee, aber da würde ich mich anschließen, also das gibt's ja ganz häufig, dass man sowas in einem Unterhaltungskorsett irgendwie natürlich auch anpasst, ist bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich okay. Aber der Holocaust ist nun mal halt ein wirklich, das ist eventuell das sensibelste Thema schlechthin. Es ist nicht einfach und ich glaube auch, dass Leute, die mit so fehlender Authentizität in solchen Produktionen eh schon hadern, dass die mit dieser Serie sehr große Probleme haben könnten. Nichtsdestotrotz, wie du schon meintest, kann es sicherlich auch nicht schaden, sich mal generell damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch erstmal so an dieses Thema heranzukommen. Die Auseinandersetzung damit ist grundsätzlich wichtig, ob man es tut mit Schindners Liste, ob man es tut mit Zone of Interest oder hiermit. Und das ist, das steht gar nicht zur Debatte, aber man merkt eben auch, ja, es gibt eben verschiedenste Herangehensweisen an dieser Thematik. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass diese Serie jetzt in den nächsten Jahren noch großartig eine Rolle spielen wird. Also die wird jetzt zum Beispiel nicht einen Impact haben, wie damals in den 80ern die Serie Holocaust mit der damals noch jungen Maris Treep. Ja, damit würde ich sagen, sonst weiß nicht, hast du noch abschließende Worte? Nicht wirklich. Okay, dann danke ich dir auf jeden Fall recht herzlich. Man darf uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben beim YouTube Upload oder ganz klassisch auf tele-stammtisch.de. Was eure Gedanken sind, wollt ihr euch die Serie anschauen, werdet ihr da eher einen Bogen drum machen? Habt ihr vielleicht auch noch andere Serien oder Filmtipps zum Thema KZ, Auschwitz, Holocaust? Lasst uns das gerne wissen und an der Stelle würde ich sagen, Melanie, ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn das schwierig ist bei diesem Thema. Aber hey, vielleicht beschäftigen wir uns nächstes Mal mit was weniger Belastetem. Ja, lass mal bitte machen. Ja, wir besprechen irgendeinen Tiberius-Film im Ausgleich. Okay, nee. Ich würde sagen, damit klinke ich mich aus und dir lasse ich natürlich das letzte Wort. Ciao, ciao. Ciao.